willkommen zurück zu einem neuen video und heute zeige ich euch mal wieder Udi und leute ja wir werden heute weitermachen mit dem video also leute ja und wir machen heute jetzt so 10 minuten wir werden es mal sehen leute darüber werden zufrieden aber leute ich zeige euch mal wieder Udi weil leute ich mache eigentlich zu wenig davon aber leute seit drei wochen habe ich die letzte video mit Udi gemacht oder wie auch was man auch immer keine ahnung wann David bei mir geschlafen hat also ja leute ah ja und falls du unten kurz oder abonnierst wird der coronavirus weggehen also leute ja also dadurch ich das denke ich mir gut aus leute okay dann Udi riecht sehr gerne also so leute ja ich weiß leute ihr wollt mehr von Udi sehen ok leute wir gehen ein bisschen da lang so also klar so ähnlich wo wir letztes mal in Udi waren aber leute jetzt gehen wir nicht vor sind sondern woanders also leute ja und heute war ein starker Regen also wo ihr auch schon gesehen habt also da war ein starker Regen da ist ein starker Sturlauch auf also wir kommen da wie auch immer das ist mal falsch was so ok leute dann oh nein nicht Matsch nicht Matsch nicht Matsch nicht Matsch ok leute oh mein Gott es wird wieder Regen kommen das glaube ich irgendwie nicht wie viel Regen kommt das ist wirklich schön ja es ist noch schön Leute aber leute ja es sieht nicht so gut aus mit dem Wetter also da war wir wollten so schnell wie möglich ein Udi Video machen weil Leute ich glaube ich mach zu wenige davon ja wir haben einen halt nicht so gut aus mit dem Wetter ich weiß nicht wieso leute also oh mein Gott da ist ein schwarz im blauen Wolken warte es kommt Tränen nachher an den Wetter so leute ja und Udi ja Udi ist ja süß und ihr mag ihn in der Gegend und haben wir einmal aufgelacht es liegt so wie ihr magt also ihr magt und leute also Udi ist süchtig Udi ist süchtig oh nein die Wolken kommt immer näher und näher Leute und wir müssen uns beeilen und dafür machen wir nicht zu lange Videos und Leute mir ist schon 40 also so 30 Minuten diese Folge zu lang reicht auch ziemlich nicht ok ok Leute ich weiß nicht die Lieder gehen mag ich auch Udi mag das auch Leute also Udi ist recht begleitet also Gehen weiter vorwärts ja genau und Leute einmal hat der, gestern war das gestern hat er bei uns in den Boden gekackt ja eglig ich weiß also Leute ich weiß nicht Leute also meine Meine Mama wollte es nicht raus machen, ich sage es nicht. Aber Leute, wir haben es ja... Also, es war nicht so schlimm, Leute. Aber trotzdem ein bisschen... Ja, das wollte ich nicht sagen, aber... Ja, irgendwie kackt der nicht, Leute. Weil wir jeden Tag spazieren. Bei Hunden ist es gesund, zu spazieren zu gehen. Also wenn ihr einen Hund schon ein Jahr habt und nie mit ihm spazieren gegangen ist, das ist ungesund, Leute, für Hunde. Weil, Leute, ja, also mit Hunden muss man sich gut kümmern. Also, Leute, ich habe Männer gesehen, die sich sehr gut um Hunde gekümmert haben. Was tut ihr da, Leute? Odi, was machst du denn da? Bist du... irgendwie... Hä? Okay, jetzt. Okay, Leute, ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, was da passiert, ehrlich gesagt. Aber, Leute, die Wolken kommen immer näher. Also, Leute, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was da passiert, ehrlich gesagt. Aber, Leute, ja. Also, Leute, ich liebe die kurze Videos. Ich liebe meine Videos. Also, ich war ja auch ohne Videos. Und meine Mama mag das auch. Also, irgendwie, Leute, ich liebe es nicht so langweilig. Oh mein Gott, es donnert, Leute. Also, ein bisschen, Leute. Es ist so in Wien, schätze ich mal. Weil, Leute, ich weiß nicht, wo das genau ist. Aber, ich glaube, irgendwo hier. Weil die Wolken kommen immer näher und näher. Und die Sonne wird langsam wegfliegen. Also, Leute. Und ich hoffe, wir schaffen nach Hause. Aber, Leute, wir genießen unsere Wetter. Weil, so lange, bis das schöne Wetter ist, dann... Ich genieße hier. Also, Leute. Das ist die Zeit von Ivo. Also, Leute. Und in den Donau gehen wir vielleicht morgen. Nein, nicht morgen. Ich meine, in die Woche kommen wir zu. Sankt Grünes. Wahrzeichen. Rathaus. Nein, 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 nein. Das ist richtig, Baby. Ihr kennt bestimmt die Wahrzeichen. Das ist richtig, Baby. Ihr kennt bestimmt die Wahrzeichen. Wie viele Autos kommen denn noch? Es ist schon... Es ist schon so ein schlechter Tag. Ich bitte euch. Bitte. Ja, okay. Jeder guckt mich heute so komisch an. Ich weiß nicht, was heute passiert ist, ehrlich gesagt. Weil jeder mich so komisch anguckt. Außer meine Mama. Also, Leute. Und ihr. Also, Leute. Die Sonne geht langsam weg. Das ist ein riesiges Problem. Weil, bald wird es Gewitter geben. Also, Leute. Was passiert jetzt? Ich glaube, er wird pinkeln, Leute. Ja, was passiert hier gerade? Heute ist Udis Tag. Also, ich weiß nicht, Leute. Also, Leute. Also, ihr seht so ein Schwanz. Also. Oh, da sind drei große Hunde. Ja, Udi denkt, er kann ihn besiegen. Aber, Leute. Er kann nicht. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Die Wolken kommen immer näher. Ich hab langsam Angst hier. Ja. Weil das kann immer blitzen, Leute. Und Blitz ist sehr gefährlich. Also, Jesus. Ja, ich glaube, jemand war so böse. Und dann, ja. Schickte uns die ganzen Wolken hier hin. Die ganzen böse Wolken, Leute. Die sind böse. Nicht lieb, sondern böse, okay? Die sind böse. Die sind böse Wolken, nicht liebe Wolken. Oh Gott, Leute. Es wird langsam. Ja, ein bisschen komisch hier. Ja, Leute. Ich geh. Wo die? Ja, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. Der Frau hat einen. Oh Gott, Leute. Wenn diese Wolke da ist, dann fängt es an zu regnen. Oh Gott, oh Gott, Leute. Die Wolke, ja. Ist ein Problem. Aber, Leute. Bei euch noch mal längere Videos machen. Aber, Leute. Ihr seht das richtiges Problem, Leute. Heute haben wir ein Problem. Wir haben ein richtiges Problem mit Regen. Und so viel Winter heute. Ja, heute war es ziemlich krass. Also, Leute. Ihr seht das so. Es fängt schon an zu... Also, eine Flau... Also, eine Flau... Also, äh... Also, fotografiert diese... Also, diese schwarze Wolke. Ja, das ist richtig. Du machst das richtig, Frau. Also, du... Also, Leute. Also, wie ist es bei euch? Ist es schön oder weniger? Bei uns ist es ja weniger schön. Ja, aber Udi hat trotzdem gute Laune. Also, ihr habt schon diese... Die sind liebe Wolken. Die sind lieb. Die sind lieb. Die anderen nicht. Oh Gott, Leute. Ich seh schon hier. Was passiert hier gerade heute? Oh Gott. Oh mein Gott. Hier sieht man. Hier sieht man es besser, Leute. Hier sieht man es besser. Also, Leute. Warte. Also, ich schätze mal... Ich schätze mal endlich, dass wir Regen bekommen. Also, ich hoffe, es wird mal anfangen zu regnen. Obwohl, ich hoffe, dass es nicht war. Warte, wie viele Minuten? Komm. Auto. Komm. Okay. Okay. Ihr hört mich nicht. Okay. Okay. Wartens mal, Leute. Ich sehe es. 9 Minuten. Fast. 9 Minuten und 50 Sekunden. Ja, es ist bald vorbei, Leute. 10 Minuten ist schon vorbei. Ja, Leute. Wir wollen noch ein bisschen filmen. Ganz kurz, Leute. Okay. Ich bleibe bei euch. Ein bisschen mit euch. Wir gehen jetzt nach Hause. Weil, Leute. Wir haben keine Zeit mehr. Also, wir beenden mal diese Folge. Oder? Ja. Leute. Weil... Weil... Ihr wisst das. Also, die Wolke kommt... Die Wolken... Die böse Wolke kommt bald hinauf. Und... Dann werden wir... Dann kommt... Irgendwie sieht das nach aus. So, wie es regnen würde. Ja. Das ist ja auch Regen, Leute. Okay, Leute. Wir müssen schnell die Folge wenden. Okay, Leute. Das war's für diese Folge. Für mehr Videos. Also, ein Abo. Jungs. Um keine Videos zu bekommen. Und ich kann euch in den nächsten Videos wieder. Bye-bye. Da ist Udi quasi noch. Tschüss.